Im Jahr 2002 kam es bei Ausgrabungen im syrischen Kattna zu einer spektakulären Entdeckung. Tübinger Archäologen fanden in Zusammenarbeit mit einem internationalen Forscherteam unter den Überresten der monumentalen Palastanlage eine ungeplünderte Königsgruft. Die einzigartigen Originale des archäologischen Sensationsfundes können nun im Landesmuseum Württemberg in einer nachempfundenen Grabstätte bestaunt werden. Waffen, Möbelzieher und Schmuck aus Gold und wertvollen Steinen, Gefäße aus unterschiedlichstem Material mit purpur verzierte Stoffe, Rollsiegel und weitere Kostbarkeiten zeichnen eingebettet in die Geschichte Syriens des zweiten Jahrtausends vor Christus ein überraschend neues Bild der bronzezeitlichen Hochkulturen Altsyriens. Sem Dein Feier Jesus Dein Die Untertitelung des ZDF, 2020